Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu einem neuen Transformers 5 Podcast. In letzter Zeit sind mir ziemlich viele neue Theorien in den Kopf geschossen. Natürlich steht man in Kontakt mit anderen Transformers Fans und auch hier auf YouTube, auf meinem Kanal seid ihr immer fleißig am Kommentieren. Und ja, der eine oder andere hat mich schon auf sehr, sehr coole Ideen gebracht. In letzter Zeit habe ich mich wirklich ein bisschen mehr noch mit den Transformers beschäftigt oder mit der Mythologie der Transformers. Und ja, mir ist eine Sache aufgefallen, die absolut passen würde in diesem Film. Dazu aber später mehr, denn heute geht es eigentlich nur darum, vielmehr geht es um die Frage, was möchte Quintessa eigentlich in Transformers 5 The Last Knight erreichen. Meine Vermutung ist, dass Quintessa die Macht über Cybertron wieder erhalten möchte. Wir wissen ja, dass Optimus Prime ein Artefakt braucht, um Cybertron wieder zum Leben zu erwecken. Das wissen wir auch aus den Trailern. Optimus Prime, du hast deine Heimat zerstört. Suchst du Wiedergutmachung? Mein Schöpfer, das tue ich. Und ja, ich hatte in einem meiner letzten Podcasts erwähnt, dass es ja vielleicht zwei Primes geben könnte. Also wie gesagt, in dieser Szene könnte es sein, dass ja Optimus Prime ja infiziert wird. Ist natürlich eine Theorie, die plausibel ist. Oder dass wir in dieser Szene einen Klon von Optimus Prime sehen, der ja infiziert wird und dann als Nemesis Prime halt ja die Rolle einnimmt. Nun fragt man sich, warum möchte Quintessa unbedingt Cybertron wieder zum Leben erwecken? Dazu werde ich in einem der nächsten Podcasts ein bisschen näher darauf eingehen. Wir wissen ja aus dem Trailer, dass sich die Ritter in den Weg stellen von Optimus Prime. Die Ritter, die gegen Optimus Prime kämpfen, beschützen etwas viel, viel Größeres. Und in den nächsten Podcasts werde ich auch darauf eingehen, auf die Frage, warum die Transformers immer wieder zurück zur Erde kommen. Ich finde, die Theorie, die ich mir ein bisschen zusammengesponnen habe, könnte plausibel sein. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit eine Frage, ob Sam Witwicki und Kate Jäger zusammen Vorfahren am Tisch von, also um die Tafelrunde von König Arthus haben. Weil Sam ist wirklich ein Auserwählter gewesen in den ersten Teilen, 1 bis 3. Das wissen wir, er hat wirklich viel durchgemacht. Und ja, auch in Revenge of the Fallen mit der Matrix, also dass er wirklich ein Auserwählter ist. Und wir wissen auch, dass Kate Jäger in Transformers 5 The Last Knight ein Auserwählter ist, da er in einer kurzen Szene in diesem IMAX Spot, der auch jetzt letztens erst auf dem MTV Award gezeigt wurde, dass dort eine Vorrichtung ist, die an seinen Armen ist. Und aus dem IMAX Screening wissen wir, dass er Sir Anthony Hopkins Charakter, Mark Warburg, also Kate Jäger, darauf hinweist, dass das wirklich ein wichtiges Teil ist, was er dort an den Armen trägt. Ja, und meine Vermutung ist, wie gesagt, dass Sam und Kate von den Rittern der Tafelrolle abstammen. Also, dass sie es in den Genen haben, sozusagen, und dass nur Kate Jäger mithilfe von dem Schwert, ob der uns Prime wieder zurückholen kann, ja, von dem infiziert sein, oder dass er dazu das Schwert benutzen kann, Nemesis Prime zu vernichten. Also, das wäre jetzt meine, ja, erste Theorie ungefähr, ganz dunkel, warum Quintessa jetzt wirklich interessiert ist, Cybertron wieder zurückzuholen. Das ist nur ein Grund, also das ist ein Teil, das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass Quintessa wirklich was Großes vorhat. Und, ja, wie gesagt, darauf werde ich in den nächsten Podcast drauf eingehen. Ja, aber das Wichtigste in diesem Podcast ist halt, dass Sam und Kate höchstwahrscheinlich Vorfahren von König Arthos Tafelrunde sein könnten. Das würde zumindest erklären, warum beide so auserwählt sind und beide mit den Transformers zu tun haben. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Das war Part 1 des kleinen Mini-Podcasts zu dem Thema Was möchte eigentlich Quintessa? Die Fortsetzung dieser Frage erfahren wir natürlich im Part 2. Seid gespannt, Part 2 kommt morgen. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.